Und dann an euch, morgen sehen wir uns hier wieder. Hier übrigens Wolfi Schlick am Saxophon und nach München. Samson bleibt hier, das ganze Festival und morgen spielt er und vielleicht schickt er noch mal mit uns mit seiner Krah und seiner Band. Krah ist eine Harfe, eine sehr schöne Harfe. So, jetzt macht's hier raus, ey. Ja, wirklich schön. So, jetzt macht's die Abschaffung. Salaam Alaikum. 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 Ja, das hört sich auch gut aus. Früher, wie die Rekse, ist ja ruhig, weil es war gemacht, weil es nicht so gut ist. Aber wie ihr, die junge Truppe, die sich hier anschaut, die sind ja nicht so gut, die sind ja nicht so gut, die sind ja nicht so gut, die sind ja nicht so gut. Das war er, aber er war vorher auch nicht so gut. Damals neu, ich glaube, das ist ja nicht so gut. Ja, 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 ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.